ja mein namens dann die rolle p und ich begrüße euch zurück zuletzt black king der marz 3 in der letzten folge haben wir den nebelfluss nebelfluss ja nebenfluss steht oben links sogar mehr oder weniger abgeschlossen uns fehlen noch zwei sachen die werden wir in diesem part noch machen und ja wenn man oben rechts vielleicht sieht stufe 80 ja ich habe mein gummischiff ein bisschen hoch gelevelt das hat ehrlich gesagt ich habe eigentlich nicht so viel leveln wollen aber es hat einfach so lange gedauert diesen blöden letzten kristalle gefunden habe und die paar herzlosen erschossen hat die mir gefehlt haben also ja ich habe es jetzt nicht so geplant so zu leveln aber es hat einfach so lange gedauert und ich war halt level 80 am ende und ja ich habe noch ein paar andere sachen gemacht und zwar auf screen und zwar mini spiele gucke ich sag mal an wie viel ich jetzt hier neu ab ne erst einmal ich habe die ganzen puddings noch mal gemacht ich habe mir notiert hier alles also das gehen wir jetzt mal ganz kurz ganz schnell durch und zwar bananen pudding etwa den haben wir schon erledigt da war glaube ich der in weiß ich glaube spielzeugkiste egal traum pudding und melonen pudding die habe ich alle schon geschafft millionen pudding weil der krieg da haben wir vorgesucht bekommen traum pudding war glaube ich da haben wir team eis bekommen als fertigkeit und ja bananen pudding allerdings in der monster ag genau ja und ich habe natürlich die anderen allerdings auch noch mal erledigt und eine hohe punktzahl geholt und bekommen haben wir vom kirsch pudding das war der in olymp da haben wir formänderungs zeit plus bekommen erdbeer pudding da habe ich wo war der normal kanal blutorangen pudding damals schon mehr bekommen da wäre ein corona genau dann noch mal belohnen pudding attraktionszeit plus habe ich da bekommen das war der glaube ich in san franz okio und wenn man noch mal erdbeer ich möchte es ein bisschen einfacher machen ich glaube da war der spielzeug ist glaube ich jedenfalls ich habe diese ganzen fertigkeiten bekommen wir uns mal an focus so und also weiß die die kein focus kostet so wie ein fokus von angesiederten gegnern team blitz steuert zusammen mit dollar blitz auf nähe befindliche gegner das habe ich von woanders bekommen genau team blitz habe ich bekommen vom tanzspiel im corner und ja da habe ich einige sachen bekommen einmal die plus habe ich bekommen team blitz hier für donald eine junior medaille und eine meistermedaille dann habe ich dieses akad spiel gespielt wo man so roboter steuern musste in der spielzeugkiste da habe ich auch noch mal worte ich da auch noch mal focus so bekommen genau ich habe jetzt drei stück von ihnen und dann habe ich noch in san franz okio diesen licht trainer gemacht und da habe ich auch da habe ich nichts doch habe ich attraktions boost und hoch magie zeit plus bekommen ja ich habe so viele sachen jetzt hier bekommen wegen diesen ganzen mini spielen also lohnt es auf jeden fall zu machen und ja dann habe ich als ich also so viele punkte hatte das bei den ganzen buddingen die so aufgesprungen sind also so 20.000 30.000 punkte immer bekommen habe ich glaube ich doch mal zeigen also nach den punkten könnt ihr mal so ungefähr gehen wenn ihr ungefähr so viele punkte dann kriegt daher die besten belohnungen und ja war jetzt nicht so schwer aber das schwerste war das mit dem in dem fotografieren weil da waren noch ganz viele versteckt irgendwie also nicht kann ich mal zeigen ich glaube ich nur irgendwo ja einige waren so an posen einige waren so versteckt da waren ja so welche die haben so eine pose gemacht zwei sind da vom baum schwung haben sich in frankfurt also ja hat war interessant hier sind auch die ganzen konstellation die ich gefunden habe auf screen ich glaube die beiden sind nur neune ja ich habe die um ein uhr zwei uhr von seid ruhig ich glaube das war es ich habe auch dings gemacht hier 100 morgen weil die mini spiele da habe ich auch nichts für bekommen vielleicht habe ich noch nicht genug erfahrungspunkte punkte bekommen keine ahnung und ja die ganzen mini spiele hier so festtagstanz oder hier dieses akad spiel waren genau die gleichen wie als wir die in der story spielen mussten also habe da nichts verpasst licht suche dabei ja ein kurs dabei da muss man kurz mit baymax ein bisschen rumfliegen vorher durch die kreise springen mussten aber sonst war eigentlich nichts neues und ja als die puddings alle auf der höchsten punktzahl erledigt hatte habe ich noch irgendwann bekommen irgendwie so eine pudding medaille oder irgendwie so was nach da sind die ganzen dinger die ich vom tanzen bekommen ab hier poly leums plakette mp hast trauen mp sparfuchs mit den angriff und die magie erheblich aber gibt gar keine fp senke die mp koste und 20 prozent dann ist doch nicht schlecht aber ich hätte doch gern mal ein paar fp ich glaube der partner ist immer noch irgendwas auch nicht habe ich ein bisschen ich glaube wir können alles kochen weil sonst ja noch fehlt also das kriegen wir heute noch abgeschlossen ja ich würde sagen wir gehen jetzt einmal zum nebelfluss wir müssen immer noch zwei machten zwei sachen machen aber ja ja ich habe mini jets gebaut kann ich auch mal zeigen major alpha und beta habe ich jetzt extra noch so ein paar dinger gebaut und die helfen sehr gut mehr schaden zu machen und ich habe den allen so laser gegeben und das ist richtig gut aber eigentlich nur gedruckt halten und die schießen bei den griffen ihre super laser auf die gegner das ist sehr hilfreich und ich habe laser bürger ausgerüstet als spezialwaffe ich werde gleich mal zeigen was macht ja ich glaube fertigkeiten habe ich jetzt drei in angriff drei laser ich glaube da konnte gar nicht darauf packen ja gucken wir mal müssten eigentlich alles hier erledigen können ich habe alles hier erledigt bis auf zwei dinger eins von diesen dinger ist wo wir durch den wirbelsturm da müssen so da guck ich mal wie schnell mein ding jetzt liegt wegen den dingen deswegen den mini jets weil jetzt auch so antriebe hinter sich haben da zählt dann irgendwie für meinen dingen noch sehr gut da wir gehen jetzt kurz hier ich habe alles auf a wie man sieht ist auf das eine was ich mal und screen andauernd versucht habe aber nie geschafft habe das werden wir mal versuchen das ist irgendwo da wo er noch nicht auf level 80 versucht und jetzt hier so mitnehmen und ja guck mal wie wir uns jetzt anstellen sollten eigentlich alles hier erledigen im nebelfluss dieses mal ja meine dinger fahrt automatisch irgendwie meteorgummis oder so auf die gegner ich glaube das sind nicht so ein visierungsjahr sind so dinger die automatisch schlaufe schießen deswegen schließen die so schnell weil sie nicht und jetzt meine dreieckfähigkeit als anvisieren und so laser angriffe von oben runter regner lassen erinnert mich ein bisschen hier an keine ahnung wenn man irgendwie kriegen nochmal zwei vor so einem boss und wieso steht oder so unmengen von gegnern dann taucht auf einmal so ein boss auf der erstmal alle weg ballert vor der gegen einen kämpft und ja wenn wir an dieser attacke erinnert mich das weil wir haben ja auch immer so erledigt ja ding das lebt sich verdammt schnell auf und alles irgendwie auf dem bildschirm wir anvisieren so wie ich das sehe was richtig gut ist glaube ich nicht immer noch nicht ich kriege immer noch nicht gibt es jetzt nicht neustadt ja ja ich sei mir alles auf eine nun statt vier sterne dieser gibt es jetzt nicht so schnell möglich erledigen und dass die hat so viel zeit gefressen kommen vielleicht ein bisschen schlack jetzt also gar nicht worden hat irgendwie liegt ob man irgendwie mehr punkte braucht oder muss man einfach so schnell wie möglich nur erledigen ob punkte wätschen sind auch irgendwie so ein bisschen davon ab ne ich habe jetzt schon b das glaube ich auch so zu dem zeitpunkt da bekomme ich nicht hin ich bin dann lacht sich ich ging dann immer noch nicht hin ja schon wieder ein schön gut aber hat irgendwann mit punkt ist und ich weiß nicht das gewicht sehen gewicht gefecht so dann ist das einzige was uns jetzt noch fehlt wo er setzt der wir bestohlen aber laubert hier da ich meine wohl schnell genug sein jetzt man guckt nicht normal ich tue normal fliege ich tut schon so schnell abdüsen gott rein ich muss jetzt noch mal zurück gehen und mein ding umbauen hat wenn ich da wäre bestimmt mehr da sind da zwei aber es sind ja schon wieder los aber wenn wir gestorben was hat der falsche sonst wüsste ich nämlich nicht vorbei müssen weil mich sehr irgendwo nirgends wo stufe 5 das hat mich hier hier ist ja hier wir waren hier drin wartet irgendwie der boss obwohl er nirgends wo so ein zeichen ist das passiert man jetzt kommt uns aber irgendwie nicht an schwarz geist ich hoffe diese dreieck fähigkeit bringt wir waren mit einem schlag tot ok weil es ist denn was hat hat da ist es nicht wahr das schottet uns guck mal wie wenig nur noch abziehen das ist ja soviel dazu ja hallo okay ich habe jetzt nicht offensive eine wirrbarkeit ich habe tp 500 358 sieht irgendwie da wenig aus 800 wie krieg ich mehr ap nein das bedeutet sie auf mich sitzen aber wir haben auch so gut wie gar keinen schaden gemacht wie kann ich dann hier noch mehr ap geben mit 3 tp irgendwie noch ein bisschen mehr tp kriegen der beste cockpit nö doch die geben uns mehr tp war ja also für dazu aber wir müssen doch ein bisschen hochleveln was und stick auch irgendwie so was machen gibt es einfach nicht länger den schaden warum kann ich ja nicht umdrehen jetzt hier so hinpacken doch ja ja keine ahnung dachte eigentlich wäre schon stark genug aber so wird aussieht nicht gut dann so viel dazu dann nehme ich mal an wir kommen irgendwie so auf level 99 so zurück wenn noch mehr sachen hier drauf bauen können und vielleicht muss ich erst mal hin ihr clips hier erledigen vielleicht kriege ich ja da irgendwie richtig geile sachen und so ne weiß ich nicht aber da machen wir nicht in diesem part wir machen erst mal noch ein paar andere sachen irgendwann wollte ich da machen kochen da lasse ich mal ganz kurz speichern weil ich meine wir könnten kommen als kairi ich meine wir könnten alle sachen die uns jetzt noch fehlen hier herstellen da war exo alex vielleicht kriegen wir irgendwas geiles nicht naja so wie es ausschaut wird hat man nichts mit dem nebelfluss heute gehört wenn ihr schon irgendwie so ein starker boss kommt dann will ich gar nicht bis mal in der clipseite auf uns wartet so ich glaube ich darf gar keinen fehler machen denn doch ich kann hier dreimal die dinge erstellen soll da haben wir geschafft wird gerne alles auf einmal erledigen da kann ich noch den gourmet ring eigentlich mal ablegen jetzt mankel habe wert kann man was schönes da ist ganz schön zeit ich glaube vielleicht noch die klassische königreich dinger noch machen die wir noch nicht haben und dann können wir schon im nächsten part zwei clips zu gehen auf zur letzten welt war alles andere man schon erledigt schnell jetzt sind wir zu zweiter taun ihr bist Es läuft gerade ein Elefant durchs Treppenhaus. Es ist die Füße, die der Bistro ist ein Erfolg. Ein Herz, der so viel interessiert ist wie ein giganter Magnet. Es zieht dich und zieht dich direkt in. Das muss ich, warum wir so lieben, wie wir so, 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 wie wir so. Meisterkoch, sehr cool, Bratpfanne, cool, neue Schlüsselschwelle dafür bekommen, das ist auch was, ne? Aber ich hätte eigentlich nichts dagegen, wenn wir in Twilight Town geblieben wären. Hexatrick, was war dann nochmal? Der Umständen LP-Polzenation, verbraucht ein MP. Das können wir irgendwann mal sehen. Ernte-Borsch eigentlich jetzt nicht mehr, weil, das habe ich immer ausgerüstet, wenn ich irgendwie Essen und so sammle, weil dann kriege ich mal eins extra. Das hier tue ich immer ausrüsten, wenn ich irgendwie Items fahren will, weil. Wegen, bis schon, Droprate erhöhen und so. So, ich würde jetzt gerne aber noch die letzten beiden Dinger auch noch kochen, wenn wir schon dabei sind. Ich meine zwei Gerichte jetzt noch, dann war es komplett. Ich hatte eine gar nicht hier fahren müssen, wo irgendwie für jeden Pudding ihr was brauchen. Ich glaube, das hier oder nee. Ich werde jetzt hier verarschen. Liegt jetzt so gut. So, ich kann dann eine jetzt nicht machen. Wo ich glaube, ich auch einmal Honig früher, ne? Okay. Da kann ich mir keinen Fehler erlauben. Was ist das? Oh nein, noch mal Ei. Gott, Meisterkoch, soll ich noch mal alles. So, hier ist eins der Krieg wurde gekocht. Ja, jedes einzelne. Da heißt, wir müssen kein Essen mehr sammeln. Das ist schon mal gut. So, ich würde mal gerne sehen. Aha, noch ein Mickey Maus Zeichen. Ja, langsam kommt hier was, ne? Na, koop, komm, was wir müssen noch zweimal hier, äh, Dings einsetzen. Koop Kommando, ich hab da glaube ich hier einmal. Ja, ist jetzt schon mal noch nicht. Und Ariel, genau. Da müssen wir nochmal einsetzen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Twilight Town, weil da wollte ich sowieso auch noch mal in. Mal wissen, dass jetzt hier, ne? Weil, immer wenn ich irgendwie im Mogri Shop hier ein paar Sachen gekauft habe, dann bekomme ich so eine Karte. Und, so ist dann immer so, hey, ich glaube in Twilight Town, also ein Briefkasten. Und ich weiß jetzt nicht, was der meint, aber, guck mal, vielleicht kriege ich ja auch eine Belohnung davon. Und den Grimärigen, den kann ich jetzt endlich ablegen. Dann kann ich mal gucken, ob ich einige anderen Sachen hier ausrüsten kann, Fertigkeiten mäßig, ausrüstungsmäßig. Jetzt nicht zu überpowerte Klamotten, da war. Malcom, mehrjährigen, brauche ich jetzt nicht mehr. Hm. Mal, ich sage schon mal, habe ich einfach so zum Spaß ausgerüstet. Aber hier, das wäre doch gut eigentlich, ne? Alter, warum sollte ich so viele von diesen Dingern brauchen? Schade, da ist erster Angriff, der MPK, so um 50 Prozent. Irgendwas Gutes wird es daher bestimmt geben, ne? Wasserboost, wenn sie aufgebraucht sind, dann kriege ich gar keine FP. Ich habe doch schon ein paar, weil ich brauche halt. Angewohnen, magie, gibt MP-Ast. Na komm. Ich habe dich ein paar mehr Sachen hier ausrüsten, obwohl ich jetzt nicht so viele Sachen brauche. Formänderungszeit, das könnte vielleicht gut sein. Aber ich glaube, er tut eigentlich nur, erhöhen, dass ich länger warten kann, halt, aktivieren kann. Da hat er, Wasserboost, keine Ahnung. Und noch ein Charme, obwohl ich Meister schon, ja, ich habe Meister schon gehört. Ich brauche das nicht. Da hat er bei Donald, neben Donald. Ich will das mal sehen. So, hier soll irgendwo ein Briefkasten sein. Wo? Wie auch gelabelt ist eigentlich das Schwert, Herr Meisterkoch. Ausgesehen ein bisschen Schlüsselschwerter hochgeballert, aber, oh, hallo, Eisboost kriege ich hier für. Elektrum, da kann ich voll hochballern, alles klar, Pulverschnee, aber auch geballert. Florie brauche ich nur, Spitzenkoch. Weil der Mast kriegt man ja, indem man hier mit Truinen im Weltraum abballert. So, hier ein Foto-Mission, so was Kameraden. Also, was bedeutet das? Einfach nur Freunde oder Profi Donald, guck mal her. Ja. Da, was? Guffi. Okay. Vielleicht auch hier. ja da habe ich irgendeinen dazu kommen da muss ich einfach meine party mitglieder hier fotografieren zum beispiel gar nichts von gezählt dann habe ich ja noch nicht verbraucht keine ahnung hier gesagt auch immer andauernd irgendwas jetzt sagt sie natürlich nichts sonst sagt er immer hier wenn wir dieses schnitt oder so ein kinder bestimmten spiel mickey der bauarbeiter mal ganz viele der post flieger dann mache ich jetzt alle restlichen musikalische bauer aber irgendwie so ging es hier gescannt stimmt da wurde ganz am anfang wie so erzählt der verrückte arzt okay so wo ich sie im briefkasten sachen reinschmeißen kann wenn ich mir so war die ganze zeit erzählt das ist ein briefkasten kommen hier ja preispost gerade genau fp plus eine anspielung an traversen klatschen davon ich dachte ich habe drei oder zwei mehrigen ich will von den dingen habe ich denn mal glücks ring jetzt schon wieder um ändern ja ich hätte gern mehr meister schauen wir kommen jetzt doch lieber mehr glück jetzt haben wir natürlich sagen wir jetzt alle spiele davon wir haben ja spiele cool dann machen wir die mal der post flieger ok 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 wenn man jemand schon acht stück das ende könnte nicht fliegen obwohl doch ich glaube einige enden können fliegende mal verlieren weil dann zählt hat irgendwie nicht so ein bischem auszeichen kommen so nächstes der musikalische bauer ok ich steuere immer heißt so langsam ist ist ja ich brauche jetzt eigentlich gar nichts machen wahrscheinlich dürfen nicht voll werden oder so ich wollte mal aus und auch können können noch weiter aber schon sechs ich habe keinen einzigen fehler machen da kommen da kommen wir von sechs habe ich jetzt immer noch das hat man so lange ich weiß die geschwindigkeit geht irgendwann höher aber trotzdem ich habe leider ausgefeiert gibt es nicht stehen nicht warum man wechseln kann wenn sowieso so voll wie möglich sein können das hat wir verlieren die geschwindigkeit mit denen hat immer geht wenn man schluck ich hätte nichts dagegen wenn er ein ganz klein bisschen schneller wäre ich weiß es nicht mal irgendwie mit musik zu tun hat also ich nein aber ok alles verbrochen aber nächstes mit dem bauarbeiter habe ich deinem bringt einfach gespielt ist dann meister eigentlich schon und wusste ja so interessant aus ich habe mir angezündet was machst du jetzt noch nicht gezählt na komm beim artikel voll schnell das hat das hat schon aber komm schon also wenn man da beim ersten mal noch muss na komm es sagt mit den schlüssel schwarz wieder geschafft ja alles erledigt wird nächste seite werden auch vier stück wird warum wir jetzt kreis drücken ok werden sie immer so schnell von selber nein ich bin nicht mehr so von ich werde die zeit abläuft nein ich bin nicht mehr ist konnte ich will die zeit abläuft nein und die gleiche erledigt mir geht das schiff brücke brüche geist spiel übrigens na ok edad victories na weiß nicht irgendwie was das bedeutet hier mit den unterrichtung war nicht wirklich ein unterschied jetzt hier das aber jetzt hier durchschlagen gut im hinter und ruhe ist jetzt auch nicht hier den unterschied zwischen euch da muss ich echt irgendwie voll lange spielen sich allerdings bekomme mit die mauszeichen du mann jetzt mal mit nach rechts gegangen habt gesehen naja da nicht geht es ja ist klar weil ich irgendwann aufs screen mehr war ja weil ich einfach war ich damit im baseball auf screen durch die sammeln ich habe versucht darüber zu sprechen aber okay ja okay die manche auf screen dann haben wir alle einmal gesehen ich bin wahrscheinlich nicht fehlen irgendwann so jetzt muss ich noch zwei leute fotografieren wen habe ich dann noch nicht fotografiert ja nun ich meine ich muss alle mal von kopfhierende meine letzte welt wo ich war schon jack ein foto gemacht oder von auch von baymax habe ich noch keines gemacht keyblade hero free was soll das so dass ich dabei aus jetzt würde es ihm gefallen ok bei max 2 oder nein doch halt ich tue nach sie jetzt gar nicht meine fotomission hier naja wird dann bereichwahl guck mal hier ich trinke mal schluck ich nehme mal an die meine party mit gerne weil ich habe glaube ich fast jeden fotografiert und dafür eine foto bekommen glaube ich schon zehn von zehn von zwölf war so jetzt sehe ich nicht ob das gezählt hat oder nicht ein bisschen doof jetzt gezählt weil ich glaube bei max habe ich noch nicht fotografiert ob jack habe ich auch noch nicht fotografiert ja cool jetzt habe ich mal irgendwann fotografiert ganz am anfang so was kann man raten ja super ich weiß nicht keine ahnung wenn ich irgendwann auch zufrieden machen der nächsten folge machen wir jedenfalls die eclips sein weil ich hoffentlich auch ja das hier abgeschlossen haben mal schauen und ja mal gucken wir mal wie es im nächsten part weitergeht in der eclipse ich bedanke mich alle zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge bleibt abonniert und kommentiert und so tschau tschau und so tschau und so tschau tschau und so tschau tschau